In Mauwegen, die hat heute Nacht Geburtstag und ich habe ihr versprochen, dass wir das erste Stück für sie spielen in originalen norwegischer Sprache. Da spielt noch nicht die ganze Kurve, da spielt hier unser Fabian und die Vanessa mit mir. Und dann mache ich auch gleich eine entsprechende Ansage. Ich weiß ja nicht, ob das Ding da schon läuft. Ja, anscheinend. So wurde Brony. Hey Moritz. Der Song kommt noch heute. Ja, uns geht er in vielen Bürstern. Vielen Dank. Also, wir blir litt nervös, dafür der kommer in YouTube. Also hoffe ich, dass du den Song Gimde sagt, Frau Plumbo. So starten wir nun und den her für dich. Ja, ich bin bare geschlöte da. Ja, ich bin doch nicht schön. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ja, ich bin doch nicht. 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 Das war's für heute. in der Pobla haben wir uns gut. Da liegt ein Stadel mit Tutank für jeden Tag, und anhande auch wieder auf Saga, da gibt es da. Da liegt ein Bild, ich ja da, und in der Saga. Da liegt ein Bild, ich ja da, und in der Saga. Musik 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 Ja, vielen Dank. Katsch, Dora A, von Lisa. Hoppe, sieg auch brauche. Macht ihr gut?